Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Let's Play zu Herderinge Online. Was ihr hier seht ist schon die Zukunft, das ist die legendäre Belohnungsleiste, die kommt erst in Update 32 oder 33 ins Spiel, aber dazu später noch mehr, auf jeden Fall kann man hier vieles für seine legendäre Waffe gewinnen und ganz am Ende sogar ein Pet und so weiter. Ist sowas fast wie ein Battle Pass, aber kostenlos, man muss halt sich Belohnungen erspielen. Ja und mehr werde ich heute auch gar nicht reden, wir gucken uns heute das Ende vom Gundabad an, ja nicht mehr viele Let's Plays hier in Gundabad, wir sind schon in Kapitel 11.4 und dann sind wir bald durch, dann geht es bald weiter mit Update 32, Rangers und Ruins, also Waldläufe und Ruinen, da gibt es ein neues Gebiet, das gucken wir uns dann an, ist zwar ein Low-Level-Gebiet, aber in den Trollhöhen werden wir uns dann nochmal ein bisschen umschauen. Also auch das Update gibt es hier bei mir auf dem Kanal und jetzt bin ich erstmal ruhig, ich lasse meine Kommentare jetzt mal sein, ihr seht hier wie ich meine legendäre Waffe ein bisschen verbessere und am Ende vom Video, da hören wir uns nochmal kurz, also heute viel Spaß mit der legendären Waffe und gleich mit der Endgeschichte, episches Buch, 11.4 und noch mehr hier von Welkenspeich. Und noch mal hier von Welkenspeich. Und noch mal hier von Welkenspeich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind durch, jetzt müssen wir klettern Wir müssen vor dem Sonnenuntergang den Gipfel erreichen. Vorwärts, klettert einfach weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt, Freund von Dorin, solange noch Zeit ist. Was macht ihr hier? Habe ich euch nicht gewahrt? Habe ich euch nicht gewahrt, Ruhveran? Das ist der Schwarzstein am Boss meines Freundes, Durin. Es gehört jetzt nicht mehr und wird das Herzstück von Angmars Aufstieg sein. Wenn wir damit fertig sind, diese Runen in die Oberfläche zu ritzen, werden wir das nutzen, um den Berg zum Fall zu bringen. Die Feinde Angmars werden hinweggefegt werden. Tretet zur Seite. Ich habe etwas mit eurem Meister zu erledigen. Der Drache ist nicht mein Meister. Ich diene Angmars jetzt und immer da. Wir müssen uns beeilen. Diese Kultisten haben uns zu viel Zeit gekostet. Ich erinnere mich an euch, Zwerg. Wie könnt ihr noch immer am Leben sein? Ich kämpfe für Durin, den wahren Herrn von Gundermath. Gorgar, machen wir dieser Kreatur ein Ende. Das ist irgendein fauler Zwergenzauber. Damit will ich nichts zu tun haben. Er schlagt ihn selbst. Gorgar, ich befehle es. Ich werde meinem Bruder nicht für euch in den Tod folgen. Das werde ich nicht tun. Ihr könnt euch nicht weigern. Nein! 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 Eure Schergen sind bezwungen, Remil Frostherz. Was ist los mit euch? Eure Stärke schwindet. Ich bin stark genug, um euch zu erschlagen. Welcher Zauber auch immer euch am Leben hält, er ist beinahe verflogen. Ich muss nur warten. Seht, wie schwach ihr geworden seid. Freund von Dorin, folgt mir. Was habt ihr vor? Verstecken wird euch nicht helfen. Stellt euch hinter den Amboss, Freund von Dorin. Ich kann euch von hier aus erreichen. Was macht ihr? Alles, was ich kann! Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Die Flucht des feigen Drachen hat den Willen seiner Armeen gebrochen! Lasst uns alle jubeln! Der Gundabat ist unser! Dorin hat den Selruka Unterschlupf in Gundabat gewehrt, und ich bin zufrieden! Wir haben es geschafft! Der Sieg ist unser! Gundabat ist unser! Lachen ist unser! Lachen ist unser! Hättet ihr bei unserer Abreise aus Garhal gedacht, dass wir hier landen würden? Sind alle Zwergen-Tinge so ereignisreich? Ihr hättet es sehen sollen! Ihr habt es geschafft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als ich zum ersten Mal ins ältesten Tal kam, bat ich euch, ein Geheimnis für mich zu hüten. Erinnert ihr euch noch? Das war ein großartiger Sieg für die Langbärte und Prinz Durin. Ihr wisst, was das bedeutet! Das war ein großartiger Sieg für die Langbärte und Prinz Durin. Mein Tag ist beinahe vorüber. Freund meines Freundes, die Sonne geht unter. Ich muss euch erneut für all eure Hilfe danken. Mein Tag ist beinahe vor, dass es das ist. Wo ist Nozok hin? Ich wollte mit ihm sprechen, bevor der Tag zu Ende geht. Und damit endet das epische Buch und der Epilog beginnt. Das Ende der Story um Gundabad. Ich hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann geht es mit dem Epilog weiter. Macht's gut, bis demnächst. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020